Kapitel 19 Der falsche Prophet Oben wurde bereits kurz der falsche Prophet erwähnt. Neben dem Antichristen, dem Tier aus dem Meer, gibt es den falschen Propheten das Tier aus dem Land. Zum falschen Propheten gibt es nicht wenige Informationen in der Offenbarung, aber niemand weiß, wer genau er ist und von wo genau er stammt. Im Alten Testament scheint es zunächst so zu sein, als ob der falsche Prophet überhaupt nicht erwähnt wird. Aber das stimmt nicht. Listen wir zunächst auf, was Offenbarung 13 über dieses Tier aus dem Land sagt. Es ist ein Tier, das aus dem Land aufsteigt. Oder auch aus der Erde, griechisch Ge, Land oder Erde. Es hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm. Es redete wie ein Drache. Es übt alle Macht des Tieres vor ihm. Es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Es tut große Zeichen, dass es auch macht, Feuer vom Himmel fallen. Es verführt die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun. Es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Es war ihm gegeben, dass es den Bilde des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete. Es macht, dass alle, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet würden. Es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen des Tieres. Wichtig ist unter anderem, dass nicht der Antichrist Zeichen und Wunder tut. Nicht er macht, dass alle sich ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder Stirn geben, sondern der falsche Prophet tut das. Das wird in vielen Auslegungen falsch zitiert. Wörtlich erwähnt wird der falsche Prophet in Offenbarung 16, 19 und 20. Offenbarung 16, Vers 13 Offenbarung 19, Vers 20 Offenbarung 20, Vers 10 Der falsche Prophet ist also ein mächtiger Mann. Er ist ein Tier aus dem Land. Das bedeutet, dass er aus dem Land Israel kommt. Wir sehen gleich noch genauer, warum das so ist. Er steht mit dem Teufel selbst im Bund und verfügt über große Macht und okkulte Fähigkeiten. Er kann Zeichen tun, er sorgt für die Anbetung des Tieres aus dem Meer, des Antichristen, und sorgt für das Mahlzeichen. Oben haben wir gesehen, dass der Antichrist ein Syrer bzw. ein Neo-Seloikide ähnlich einem Antiochus Epiphanes ist. Aber wer genau ist der falsche Prophet? Kapitel 19, Punkt 1 Die Beziehung des falschen Propheten zu Jesaja 7 Die folgenden Personen werden in Jesaja 7 erwähnt und sind zum Verständnis des Textes und der historischen Situation von Bedeutung. Ahas, der König von Judah Rezin, der König von Syrien Pekach, der Sohn Remaljas, König von Israel, Nachfolger Pekachjas. Er war ein hoher Militär Pekachjas. Pekach tötete Pekachja mit 50 Gileaditern und usurpierte Israel. Es wird allgemein unterstellt, dass Pekach zunächst mehr oder weniger eigenmächtig in Gilead regiert habe, bevor er seinen König ermordete. Sonst stimmen die in der Bibel angegebenen Regierungsjahre nicht überein. Vermutlich benennt sich Pekach nach seinem König, ohne aber die auf Gott hinweisende Endsilbe Ja zu verwenden, weil er ein gottloser Mensch ist. Pekach wird in Jesaja als Zeichen der Verachtung immer nur Sohn Remaljas genannt, nicht aber mit eigenem Namen. Sobald Pekach König war, schloss er eine Koalition mit Syrien, um seine noch schwache politische Position zu festigen. Er war skrupellos genug, gemeinsam mit Syrien gegen Judah und Jerusalem zu opponieren und Israel in einen Bruderkrieg zu hetzen. Tabeel oder auch Tabeal war möglicherweise ein Transjordanier. Sein Name bedeutet Taugenichts, eine Verballhornung des Namens Tabeel, Gott ist gut. Er sollte nach den Vorstellungen Rezins und Pekachs anstelle von Ahas König in Jerusalem werden. Das oben erwähnte Gebiet Gileads, das Gebiet der späteren Dekapolis, das heutige Transjordanien, gehörte also ursprünglich dem Stamm Ruben, dem Stamm Gad und dem halben Stammanasse. Der spätere König Pekach herrschte dort ca. 20 Jahre lang als General des nordisraelischen Königs Pekachja. Er eroberte Nordisrael und ging einen Bund mit Rezin, dem König von Syrien, ein. Rezin, der König von Syrien, ist in endzeitlicher Hinsicht ein Bild auf den Antichristen, denn allein auf ihn passt die Beschreibung des kleinen Horns, das in Daniel 7 und Daniel 8 erwähnt ist. Johannes sagt in der Offenbarung zudem, dass neben dem Antichristen, dem Tier aus dem Meer, noch ein falscher Prophet kommen wird. Dieser falsche Prophet wird auch als ein Tier aus dem Land beschrieben. Das ist wichtig für die Erklärung, wer der falsche Prophet ist. Die gängige und meines Erachtens richtige Auslegung ist die, Der Antichrist stammt aus den Nationen, aus dem Meer. Der falsche Prophet hingegen stammt aber aus dem Land, dem Land Israel. Und zwar genau genommen aus dem ehemaligen Gebiet des Stammes Manasse, Ruben und Gad, jenseits des Jordans. Rezin ist also ein Bild auf den Antichristen. Daher kann allein Pekach ein Bild auf den falschen Propheten sein, Denn er stammt aus Transjordanien, dem alten Gilead, dem Gebiet der späteren Dekapolis. Diese Gegend ist, wie wir oben gesehen haben, deckungsgleich mit dem Stammesgebiet Manasses, jenseits des Jordan. Damit ist der falsche Prophet ein politischer Herrscher, ein Tier aus dem Land, Nämlich aus dem Land der Stämme Israels, aus dem Stammesgebiet des halben Stammes Manasse, Der nicht in das gelobte Land Israel einwanderte, Sondern jenseits des Jordans im heutigen Transjordanien sein Stammesgebiet wählte. Das wäre eine biblisch begründete und schlüssige Erklärung dazu, Wer der falsche Prophet ist und woher er kommt, Nämlich aus dem Land Israel. Genauer aus dem ehemaligen Stammesgebiet Manasses, aus dem Gebiet der späteren Dekapolis. Hier wird erneut deutlich, dass sich alttestamentliche Texte mit neutestamentlichen zu einer neuen Einheit verbinden und sich gegenseitig Licht geben. Dieser falsche Prophet, der endzeitliche Nachfolger des historischen Pekachs, sorgt für die Anbetung des Antichristen, des Königs von Syrien, dem endzeitlichen Pendant des historischen Räzinen von Damaskus. Dieser endzeitliche Pekach sorgt dafür, dass sich alle Menschen im Reich des Antichristen, auch und insbesondere in dem abgespaltenen Nordreich Israels, in der Endzeit ein Zeichen an die Stirn oder die rechte Hand geben. Offenbarung 13, Vers 11 folgende Und ich sah ein anderes Tier, den falschen Prophet, das antike Vorbild hierfür ist Pekach, aufsteigen aus der Erde, also aus Transjordanien, der Neodecapolis, dem ehemaligen Stammesgebiet Manasses. Das hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm. Das heißt, es sieht fromm aus, wie das Lamm. Und es redete wie ein Drache, nämlich wie der Teufel. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm, des Tieres aus dem Meer. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunder heil geworden war. Und es tut große Zeichen, dass es, also der falsche Prophet, auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm, dem falschen Propheten, gegeben sind zu tun vor dem Tier, dem Antichristen. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, dem Antichristen, das die Wunde vom Schwert hatte. Das bedeutet, die Seleukiden waren untergegangen. Und lebendig geworden war. Das heißt, die Seleukiden kommen in der Endzeit wieder auf. Und es ward ihm, dem falschen Propheten, gegeben, dass es den Bilde des Tieres, des Antichristen, den Geist gab, das das Tieresbild redete und machte, dass alle, welche nicht das Tieresbild anbeteten, getötet würden. Und es, also der falsche Prophet, macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, das niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. So wird dann schlussendlich überhaupt nur verständlich und erklärbar, warum Manasse damals nicht vollständig ins gelobte Land einzog. Es ist eine prophetische Struktur, die sich auf die Endzeit bezieht. Es ist die Gegend, aus der in der Endzeit das Tier aus dem Land kommen wird, der falsche Prophet, der endzeitliche Pekach. Es ist meines Erachtens geradezu anbetungswürdig, in welcher Homogenität und Komplexität Gottes Wort verfasst wurde und wie alles seinen Sinn und seine Ordnung bekommt, wenn Gott Licht hierfür schenkt. Kapitel 19.2 Antichrist und falscher Prophet im Alten Testament Das unheilige Paar der Endzeit besteht also aus dem Antichristen und dem falschen Propheten. Solche unheiligen Paare von politischen Herrschern finden wir in der Bibel erstaunlicherweise im Alten Testament des Öfteren. Seba und Salmuna Oreb und Seb Sihon und Og Jabin und Sisera Auch Ahitophel ist ein Bild auf den falschen Propheten und sogar Aaron wird zu dessen Vorbild, wenn er Israel mit dem goldenen Kalb, nämlich mit einem Bildnis, zum Götzendienst verführt, während Mose auf dem Berg die Gesetzestafeln erhält. Hasael von Damaskus hingegen ist ein alttestamentliches Bild auf den Antichristen. Und so könnte man Fortsetzung machen und gleichsam einen ganzen Strauß von alttestamentlichen Texten finden, die mit den Prophetien der Endzeit und insbesondere mit den Prophetien Daniels in engem Zusammenhang stehen. Erwähnenswert sind vielleicht noch Gideons Schlacht gegen die Midianiter, Davids Rückkehr und Throneinnahme, Absalom, der zu den zehn Nebenfrauen seines Vaters, das David einging, nachdem er David vertrieben hatte, und so weiter und so weiter. Alles das sind geheimnisvolle Bibelstellen des Alten Testaments, die in der Endzeit ihre Erfüllung haben werden und auf diese hindeuten. Erneut wird deutlich, dass die vorliegende Sichtweise nichts Neues behauptet, sondern lediglich das zitiert, was vielfach bereits im Alten Testament beschrieben wurde. Kapitel 19.3 Jabin und Sisera Eines der beiden oben erwähnten Paare soll hier vertieft besprochen werden. Oben wurde festgestellt, dass alle prophetischen Linien, die für die Zukunft zu erwarten sind, bereits im Alten Testament skizziert werden. Dazu gehört der Antichrist, der falsche Prophet, die Endzeitreiche, die beiden Zeugen, die Entrückung und vieles mehr. Die Offenbarung spricht in Offenbarung 17 von einem Weltreich, das war und nicht ist und wiederkommen wird. Und hier wird die ganze Sache interessant. Offenbarung 17, Vers 8 Die Bibel sagt also, dass alle, die nicht in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt stehen, sich über dieses Tier verwundern werden. Die Verwunderung besteht darin, dass viele für die Endzeit das Wiedererstehen des Römischen Reichs erwarten. Nun möchte ich hiermit nicht behaupten, dass diejenigen, die der Romtheorie folgen, nicht im Buch des Lebens stehen, aber die Bibel sagt mit diesen Versen zumindest, dass ein klares biblisches Verständnis der Endzeit nur für die möglich ist, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Spätestens also bei tatsächlichem Eintritt der Ereignisse sollten sie an die Worte der Bibel erinnert sein. Aber jetzt zu dem Tier. Dieses Tier ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen. Genau das ist der Fall bei Jabin, dem König von Hazor. Wikipedia schreibt hierzu, Nach dem Buch Joshua wurde die Stadt Hazor bereits bei der Landnahme der Israeliten unter Joshua, dem Sohn Nuns, niedergebrannt und der König Jabin von Joshua erschlagen. Joshua 11. Doch wird Jabin nochmals im Buch der Richter, in Richter 4 erwähnt, dessen Berichte zeitlich später angesiedelt sind. Danach soll er nach dem Tod des Richters Ehud durch seinen Heerführer Sisera die Israeliten 20 Jahre lang unterdrückt haben. Auf Anraten der Prophetin und Richterin Deborah und in ihrer Begleitung zog Barak mit 10.000 Mann auf den Berg Tabor und von dort an den Bach Kishon, wohin Sisera mit 900 Kampfwagen und seinem ganzen Heer ihm entgegengezogen waren. Die Truppen der Kanaaniter wurden bis zu ihrem Stützpunkt in Haroschet-Goyim verfolgt und vollständig vernichtet. Bei den Kanaanitern handelte es sich eher um einen Verbund von Stadtstaaten als um ein einheitliches Großreich. Da der König und sein Residenz im zweiten Bericht lediglich als Hintergrund dienen, könnte es sich hier um eine Fiktion handeln, um den Anspruch der Autoren des Richterbuchs auf ein israelitisches Königtum zu untermauern. Soweit Wikipedia. Es scheint eine gewisse Ratlosigkeit über das doppelte Vorkommen Jabins zu herrschen, die auch dem Internetportal bibelwissenschaft.de nicht unbekannt ist. Das Verhältnis von Joshua 11 und Richter 4 Im biblischen Erzählverlauf und somit in der erzählten Zeit um etliche Jahre später begegnet Jabin in Richter 4 als Gegner Israels bei der Schlacht am Bach Kishon wieder. In Richter 4, Vers 17 wird er als König von Hazur bezeichnet. Aufgrund dieser Unklarheit, wie von Jabin, dem König von Hazur, in Richter 4 erzählt werden kann, nachdem in Joshua 11 bereits sein Ende beschrieben worden ist, wurden in der exegetischen Forschung unterschiedliche Theorien über das Verhältnis der beiden biblischen Erzählungen und die historische Ereignisabfolge, die dahinter liegen könnte, entwickelt. Den Thesen von Volkmar Fritz folgend kann aus literarkritischer Sicht und im Vergleich mit dem Deborah-Lied in Richter 5, in dem Jabin nicht genannt wird, die Erwähnung Jabins in Richter 4 als redaktioneller Eintrag gewertet werden. Nun bleibt zu klären, ob die Erzählung aus dem Joshua-Buch als Vorlage für Richter 4 gedient haben könnte. Da Joshua 11 die vollständige Vernichtung Hazurs und den Tod Jabins voraussetzt, kann dieser Text nicht als Vorlage angenommen werden, zumal Joshua 11 den in Richter 4 getätigten Aussagen über Jabin, den König von Kanaan und König von Hazor, einem Ort der Stärke, widerspricht. Hazor wird in den Maritexten aus dem 18. Jahrhundert vor Christus sowie in den Amarna-Briefen aus dem 14. Jahrhundert erwähnt als größte Stadt Palästinas und ist in der Spätbronzezeit von 1550 bis 1200 vor Christus als größte Stadt Palästinas ausgewiesen. Die Größe der Stadt und die mächtige Umwallung können auch in zerstörtem Zustand die Vorstellung von einem besonders mächtigen König bewirkt haben. Demzufolge wird eine mündliche Traditionsbildung, in der die Macht dieses Königs Jabin zum Ausdruck kommt, zunächst für die Eintragung Jabins in Richter 4 angenommen, wo dieser als der bleibende Gegner Israels im Norden eine regionale Stellung erhalten hat. Derselben Funktion entspricht die Rolle Jabins als dem Leiter einer Koalition in Joshua 11, Vers 1, ebenso wie der Bemerkung von Hazor als Haupt aller Königreiche in Joshua 11. An diesen kurzen Zeilen wird also deutlich, wie sich die Wissenschaft an diesen Versen abarbeitet, ohne ein befriedigendes Ergebnis anbieten zu können. Aber vor dem Hintergrund der hier gemachten Auslegung ist es mehr als naheliegend, Jabin mit dem Tier aus der Offenbarung in Verbindung zu bringen, nämlich mit dem Tier, das war und nicht war und wiederkommen wird. Sobald man also Jabin im prophetischen Zusammenhang als ein Vorbild für den Antichristen sieht, entstehen frappierende Parallelen. Denn dann könnte sein Feldhauptmann Sisera ein Bild für den falschen Propheten sein. Auch hier wäre also wieder ein Vorbild auf das unselige Paar des Antichristen und des falschen Propheten zu konstatieren. Hinzu kommt, dass Sisera in einem Ort lebt mit Namen Haroshet Goyim. Die Übersetzung dieses Namens bedeutet nach Abraham Meister Steinplastik oder Holzskulptur der Heiden, also ein heidnisches Standbild. Erinnert das nicht stark an das sprechende Bild aus Offenbarung 13, Vers 15? Einem solchen Götzenbild gibt der falsche Prophet in der Endzeit den Geist, so dass es reden kann und so ein rechtes heidnisches Götzenbild wird, ein Haroshet Goyim. Natürlich ist das eine allegorische Auslegung. Aber die Wissenschaft kommt hier ja offensichtlich auch nicht viel weiter. Im Gegensatz dazu können wir eine Linie von Jabin und Sisera über Daniel bis in die Offenbarung ziehen, was wiederum unsere These bekräftigen würde, dass alle Endzeitereignisse im Alten Testament angelegt sind. Diese Sichtweise birgt aber das Problem für die theologischen Wissenschaftler, dass sie in diesem Fall der biblischen Prophetie mit all den daraus für sie erwachsenen Konsequenzen Recht geben müssten. Die Konsequenz bestünde darin, dass sie, wenn sie der biblischen Prophetie und damit dem lebendigen Gott Recht geben, die längste Zeit Wissenschaftler gewesen wären. Aber die Verbindung von Jabin und Sisera mit neutestamentlicher Prophetie ist die durchaus unerwartete Lösung zum Verständnis des doppelten Auftretens Jabins in der Bibel. Gottes Wort ist durch seinen Geist inspiriert und wahr. Es wäre töricht, sich hinter einer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit zu verstecken und so die Antwort schuldig zu bleiben, während eine allegorische Auslegung derart erstaunliche Bezüge offenbart. Aber hier sei jeder seiner Meinung gewiss. Man möchte geradezu mit dem Psalmisten sagen, Ich bin klüger als meine Lehrer, denn ich halte mich an dein Wort. Psalm 119, Vers 99 Jabin hat es tatsächlich zweimal gegeben. Wie das möglich war, kann ich nicht erklären, aber es steht so geschrieben. Auch Antiochus Epiphanes wird es zweimal geben. Einmal im 2. Jahrhundert vor Christus und dann erneut in der Endzeit. Nur so kann seine Beschreibung in Daniel 11, Vers 36-45 eingeordnet werden. Gleiches gilt für Jabin.